Hallo, hallo, Test. Ja, wir müssen los. Und zwar habe ich hier meinen Ranzen. Dürfen nur 10 Kilo sein. Auf geht's nach Portugal. Ich bin echt mal gespannt, was da abgeht und wie es da ist. Ja, ich würde sagen, dass ich jetzt einfach losgehe. Ich werde jetzt schon abgeholt. Haben nicht mehr viel Zeit. Na gut, Leute, ich mache jetzt hier erstmal wieder Ende. Licht, seht ihr das? Seht ihr perfekt, ne? Gut, Leute, ich mache jetzt hier erstmal wieder Schluss. Wir sehen uns dann gleich wahrscheinlich im Auto wieder. So, da sind wir auch schon. Wir sind hier im Auto. Da vorne wird geredet. Also das müsst ihr einfach ignorieren. Auch das Radio ist hier irgendwie direkt daneben. Wir sind hier mitten in Bremen. Sind wir jetzt genau an der Fahrt. Geht hier auch ruckzuck voran. Wir brauchen nur für 2 Meter 2 Minuten. Also das ist einfach sensationell. Erreichen anscheinend gleich auch den Ryanair Flughafen. Mal gucken, in welchem Keller sich das befindet. Wir sind dann da auf der Suche. Und ich denke, ich melde mich dann einfach mal von da gleich wieder. Und ich weiß nicht, ob ich im Flugzeug aufnehmen darf. Ansonsten werde ich höchstwahrscheinlich auch im Flugzeug aufnehmen. Und euch einfach mal zeigen, wie Paris von oben aussieht oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir langfliegen. Na ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder. Irgendwie läuft da irgendwas falsch mit der Kamera. So, wir sind jetzt hier in Bremen und laufen jetzt hier schon rum. Vater würde überhaupt gar kein bisschen aufgenommen werden, obwohl ihr seine Schulter seht. Ja, wir laufen jetzt hier rum. Wunderbares Wetter. Ihr könnt ja mal hier in den Himmel gucken. Richtig schön weiß. Also so möchte man das haben. Und da ist jetzt der Meckes. Anscheinend wollen meine Eltern jetzt... Ja, das ist auch wichtig. Wir wollen jetzt anscheinend erstmal zum Meckes. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt zwei Millionen Jahre noch warten, aka zwei Stunden. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt die ganze Zeit hier noch tun sollen. Meine Mutter hat mich in meinen Ranzen gesperrt. Also dieser Ranzen ist echt so mini klein für meine kleine Schwester oder so. Kann ich gar nicht zeigen. So, da sind wir wieder. Die verziehen sich immer. Meine Mutter läuft immer gleich einen Kilometer weiter weg. Ja, wir sind jetzt gerade aus den Meckes gekommen. Aber auf jeden Fall hier wollte ich euch das hier nochmal zeigen. Da hinten. Ich hoffe, ihr seht das jetzt, weil ich kann die Kamera ja mal hier so. Ja, es ist so schön weit weg. Es sieht so weit weg aus, obwohl ich direkt daneben stehe. Auf jeden Fall seht ihr hier das erste Flugzeug in Bremen mit Wasserfontäne. Das ist eine Sensation anscheinend. Ja, gut. Das wollte ich euch jetzt eben nochmal zeigen. Und wir dödeln jetzt einfach nur noch ab hier in Deutschland, bis wir fliegen dürfen. Also, wie spät haben wir es jetzt? I smoke weed every day here, every day, every day. Also, auf jeden Fall haben wir es jetzt, was weiß ich, 14 Uhr oder sowas. Und wir müssen jetzt halt noch warten, bis es 16 Uhr ist. Und dann können wir... 15.35 Uhr. 15.35 Uhr und dann geht's rund. Ja, nun, ne? So, da sind wir wieder. Immer noch im Flughafen. Ich glaube, wir haben die zweite Raucherpause eingeregt. Weil, ne? Schlimm einfach. Meine Mutter ist jetzt da unten hingegangen. Zum zweiten Mal vorm Flug will die jetzt hier wieder auf Toilette gehen. Und, ja, wir werden dann höchstwahrscheinlich gleich... Hier sind die ganzen tollen Sachen, weißt du, wenn ihr... Ja, sieh mal. Sieh mal. Er hat genau den gleichen Ranzen wie ich. Wisst ihr, wenn ihr teuer fliegt, fliegt ihr hier, ja? Aber wenn ihr mit Ryanair fliegt, geht ihr da hinten natürlich in den Keller rein. Und da werdet ihr dann abgespeist, so wie wir dann. Und, ja. Meine Eltern haben mir gesagt, unsere Plätze sind dann direkt vor... Also direkt am Eingang vom Flugzeug, direkt neben der Toilette. Ich werde euch dann mal zeigen, wie so eine Flugzeugtoilette aussieht, ey. Naja, ich hoffe, ich darf im Flugzeug aufnehmen. Wenn nicht, dann ist das ja natürlich alles Käse, aber... Was willst du machen, ne? So. Da sind wir wieder, ne? Wir sind jetzt hier, äh, haben überlebt. Wir sind durch. Da ist Mama. Brauchst dich gar nicht hinter Haribo verstecken. Auf jeden Fall sind wir jetzt diejenigen, die sich gedacht haben, wir setzen uns hier einfach hin. Anstatt da großartig zu warten. Wir können uns jetzt hier schon in eine Reihe stellen und dann hoffen, dass wir unseren reservierten Platz doch noch kriegen. Das tun wir aber nicht, weil wir denken uns einfach... Und bleiben einfach mal hier. Ja, Leute, wir warten jetzt hier einfach noch eine Stunde, bis wir dann endlich mal ins Flugzeug kommen. Und würden sagen, muss man funktionieren. Wir haben den Fluggrad vollgetankt. Ich weiß nicht, ob ihr uns gut verstehen könnt, aber... Hä? Wir sitzen aber auch direkt da vorne. Also... Genau da. Auf Platz 2 ABC. Also das ist schon locker erreicht. Wir gehen da jetzt erstmal rein, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. So, Leute, wir sitzen hier im Flugzeug, ziemlich eng und jetzt geht's los. Könnt ihr hier das Fenster sehen? Ich glaube, ihr könnt das Fenster sehen. Wir bewegen uns aber noch nicht. So, wie geht's euch? Mann, du sollst mir nicht füllen, da ist dieser... Jetzt kann er nicht so gut aus dem Ort kommen. Genau, ey. So, was ist los? Ich will nicht. Okay, sie will nicht... Ich will keine Luft nehmen. Sie will nicht fliegen, kriegt keine Luft. Ich will jetzt mal den Film mit... Den Film mit starten. Den Start mit füllen. Und... Wird schon geguckt, da drüben. So, was geht da ab? Was macht er eigentlich? Ja, Leute. Ich glaube, du darfst nicht während des Sturz keine Sachen drüber haben. So was mit Sturz? Okay. Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier und es geht los. Also, es bewegt sich. Und wenn das Flugzeug abstürzt, dann bin höchstwahrscheinlich ich schuld. Nein. Also, ich werde jetzt mit euch zusammen hier in die Lüfte fliegen. So. Ihr seht jetzt, es geht los. Hier ist das Fenster. Und damit geht es rund. Preise so platt wie das Land. Könnt ihr, glaube ich, gar nicht lesen, ne? So. Jetzt geht es rund. Ich füllen jetzt ein bisschen draußen, damit die Leute einfach den Flug miterleben können. Mal sehen. Da ist auch die Ryanair-Konkurrenz KLM. Fliegen sie mit Ryanair. Günstig und, äh, ja, das war's. Fliegen sie günstig, eng und alles andere, Alter. Jetzt gerumpelt. Ich glaube, das liegt an der Kamera. Rasen. Also, irgendwie sind wir noch nicht auf Höchstgeschwindigkeit. Jetzt muss ich auch erstmal verbaden. Klar, wir heben wir ab und nicht. Aber auch nicht zu viel, weil wir hier sind. Das geht einfach von hoch in den Rollen. Jetzt drehen wir, Leute. Wir drehen. Da steht auch schon der Rettungsheli, falls wir abstürzen. Uns wurde eben gerade auch erklärt, was das hier alles zu bedeuten hat. Also, wenn wir, wenn es Notfalllandung, dann brecht euch das Genick und krabbelt in den Ausgang. Wir wissen bestens Bescheid und es ruckelt und wackelt schon. Wie verrückt. Jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt steigen wir gleich in die Lüfte. Ne, Mama? Ja. Ja, Alter. Mama ist sehr davon begeistert, gefilmt zu werden. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Diese Kamera verbiegt einem einfach. So. Oh Mann, ey. Wir werden immer schneller. Wir geben Gas. Da hinten ist das Dings. Die könnt ihr dann, nee. Könnt ihr nicht sehen. Könnt ihr nicht sehen. Die Turbine. Ja, kann ich wohl. Mehr auf der Tasche. Wenn wir abstürzen, stützen Sie sich auf der Tasche auf, oder was? Nein, wie ist Brot dabei? Brot, Alter. Wir haben auch schon mitgekriegt, dass die Lampen, also die Westen, die Rettungswesten haben Lampen, damit wir im Meer als Haifutter hundertprozentig enden. Fresst uns, kommt her, wir leuchten. Ich wollte nebenüber in Brüssel. Ein Haifisch. Was ist los? Brüssel, Europa-Parlament. Da sitzen die Haie. Das ist ein Stewardess. Wer will schon Stewardess? Wie heißen die noch diese Radikalen? Die Radikalen? Hamas. Hamas. Ja gut, dann dreht doch nicht mal vorsichtig um und schätzt, wie viel sind die Hamas. Wir gucken ja mal, die Kamera heben. Die Hamas sind hier unterwegs. Also wir werden wieder langsamer. Jetzt geht's nicht ab. Oh, jetzt. Ja, die erste Kurve haben wir geschafft. Du musst ja erst mal auf eine Bahn kommen. Jetzt geht's los. Jetzt sind wir auf einer Bahn. No Entry. Oh, jetzt geht's los, Leute. Jetzt drehen wir hier eine richtig dicke Kurve. Da sind schon die Bremsspuren von den abgestürzten Flugzeugen. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. Ich merke das schon. Die Turbinen, hört ihr das? Wie es brummt und summt. Und jetzt geht's los, alle. Es geht los. Wir geben jetzt Vollgas. Jetzt volle Konzentration, Leute. Ich kann nicht mehr reden. Der Druck wird zu hoch. Gleich muss ich kotzen. Ach so, ich muss zeigen. Guck mal, Speed Arena. Sack. Oh, Mann, gleich geht's gleich hoch. Meine Hunde tut schon weh, ey. Jetzt muss man schon Druck noch. Oh, es geht hoch. Oh, mein Gott, ich spüre das. Wir sind nicht mehr auf dem Boden, Alter. Ist das ein ekliges Gefühl, ey. Wir fliegen, ey. Oh, du stutzt gleich ab. Wir sind voll in der Luft, Alter. Oh, das gibt Turbulenzen. Oh, was ist das? Wir fliegen voll zur Seite, Alter. GG. Ich fahr hier gleich aus dem Flugzeug. Ich fahr hier gleich raus. Guck mal, Alter. Was für geil, Alter. Ich fliege gleich voll raus, Alter. Aus dem Fenster. Was ist das? Wir sollen doch so fliegen. Gerade fliegt so wie ein Wiener Würstchen auf dem Drehspieß, Alter. Was ist da los? Oh, wir drehen uns wieder, Alter. Wir kriegen wieder ein normales Gefühl, Alter. What the fuck? Alter. Boah. Alter. Flugzeug startet gar nicht mal so witzig, wie ich dachte, Alter. Das ist ja mal hammerhart. Guck mal, jetzt wird es schon wolkig, ey. Ich schwitze ja schon, Alter. Das ist ja super. Der Hammer, Alter. Ich dachte, ich fliege hier echt raus, Mann. Wie schräg das war. Weißt du, wie Dirk geschwitzt hat? Jetzt filmen ich Milch hier schwimmen. Ey, auf, ja. Ich weiß einfach, wie Dirk geschwitzt hat. Die Hände haben geschockt. Ja, also, das ist auch ein übeles Gefühl hier, Alter. Er hat wirklich Angst, ja. Oh mein Gott. Das wiegt schon wieder in der Kurve. Wie oft will das denn nochmal Kurven prägen? Ey, war so ganz schön krass. Alter, guck mal, ich sehe nichts mehr. Es ist einfach weiß. Ja, es ist wolkig halt. Es dreht sich immer noch. Ja, es dreht sich immer noch. Das merkt man richtig, ey. Guck mal, wie hoch wir jetzt sind. Alter, das war ja mal ein übles Gefühl. Also, fliegen ist ja, ne? Letztes Mal bin ich geflogen, da war ich sechs. Da dachte ich so, hi, hi, ha, ha. Und jetzt gucke ich so und denke mir so, was ist hier los? Gut, Leute, wir sind jetzt am fliegen. Ihr seht nur noch weiß draußen. Ich sehe auch nur noch weiß. Ich würde sagen, ich stecke mir jetzt die MP3-Player-Stapsel ins Ohr. Und ich schalte wieder ein, sobald wir über Paris sind. Dann werde ich euch Paris zeigen. Ich hoffe, dass wir das sehen. Und ja, gute Nacht. Hallo. Jo, Film ist an. Gut. Der Start ist jetzt vielleicht eine Minute her. Aber ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, wie geil das aussieht gerade. Richtig gut. Könnt ihr das überhaupt erkennen? Ey, ich weiß gar nicht. Über den Wolken. Eieiei. Und er fliegt einfach steil höher, Alter. Das geht immer höher. Will der mich verarschen? Er fliegt jetzt noch höher. Und jetzt fliegt er wieder die Kurve. Kaum schaltet ich die Kamera ein, fliegt er wieder die übelste Kurve, Alter. So. Ich grüße euch erstmal nach einer Stunde zurück. Also, wir fliegen jetzt seit einer Stunde. Ich habe es mir ja auch gemütlich gemacht, hier Koffer auf diesen Tisch. Hier kann man, ne, den Tisch abmachen. Und dann einfach Jacke drauf, Ranzen drauf. Ist die Idee von meinem Vater. Der hängt da auch schon seit anderthalb Jahren so. Und macht einfach alles immer anders. Oh mein Gott. Die schwenken jetzt gerade wieder das Flugzeug. Du denkst dir so, wo auch. Ich habe auch hier unten, habe ich so gemacht. Ansonsten würde dieses Weiß mich nämlich umbringen, die ganze Zeit. Deswegen habe ich das runtergefahren. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich in der Schule wieder. Und für euch ist es ja nur ein Augenblick. Also, meine Brille spiegelt auch gar nicht in dieser Kamera. Herzlich willkommen zurück. Ich melde mich wieder nach einer Stunde. Wir fliegen übrigens bei Young Air. Und wir sind weit zweifelt. Mama hängt hier schon. Röchenschmerzen. Ja, keine Ahnung. Es ist halt echt ein langweiliger Flug. Ich habe zu meinen Eltern schon gesagt, Uno-Karten wären jetzt richtig geil. Man sieht auch nichts außer Wolken. Ist schon irgendwie ein bisschen öde. Naja, was soll man machen? Uno-Karten wären jetzt richtig OP gewesen. Hätten wir richtig gut bezocken können. Aber, naja, die wollten einfach nicht. Gut, ich melde mich aber jetzt das nächste Mal erst mal wieder, wenn wir in Portugal gelandet sind. Ich würde sagen, haut rein und bis in zwei Sekunden für euch. So, Leute. Wir sind gleich da. Und es ist richtig geil. Das Wetter, guck mich das mal an. Mega geil. Blauer Himmel. Sonnig und alles. Ich muss noch mal in die Kamera gucken und nicht immer auf dem Bildschirm, Alter. Gut. Ja, das wollte ich eben noch mal sagen. Also, ich freue mich auf die Landung. Jetzt geht es die ganze Zeit runter. Du kriegst die ganze Zeit Druck auf den Ohren, aber was soll's. Erst mal landen. Leute, die Bremsen versagen. Und meine Mutter reißt erst noch so ein Witz. Ja, jetzt landen wir gleich kaputt und dann rum. Leute, Alter, was ist hier los mit Ryanair? So, Leute. Jetzt hier aus Porto und fahren laufen hier ganz schnell, weil es einfach übel scheiß Wetter ist. Das ist hier so krass auf dem Stürm, Alter. Wir sind schon einfach durch den Rest. Mein Vater rennt schon vor. Wir laufen auch so schnell es geht. Und hier unter das Dach. Junge, Junge. Leute, ey. Hier ist absolut geiles Wetter. Hey, ich kann mal rein. Hey, du. Wer noch nicht in Portugal war, einfach mal nach Portugal fliegen. Da geht's Regen on Mars. Alter Schwede, wir dachten erst, wir gehen unter in dem Regen, ey. Porto, ey. So, wir sind ja auch jetzt hier schon wieder auf dem Flughafen von Porto. Sind jetzt nass reingekommen hier. Ohne Probleme eigentlich. Haben wir gleich alles gefunden und jetzt suchen wir. Suchen wir meinen Cousin. Ganz genau, den haben wir nämlich noch nicht gefunden. Der holt uns ab. Die erste Nacht verbringen wir nämlich auch bei meinen Verwandten. Den hat man letztens da hinten abgestellt. Wir wissen wohl. Ja, ey. Der hat eh nichts zu tun. Der steht seit fünf Wochen da, ey. Eine Woche, ach, eine Nacht schlafen wir jetzt bei meinen Verwandten und danach geht's ab ins Hotel. So, ich würde sagen, ich stelle euch gleich mal meinen Cousin vor, ne? So, wir haben ihn gefunden. Ricardo, mein Cousin. Was ist los? Yeah. Das ist für YouTube. Ah, ja, ja. Okay. Okay, danke. Danke. Wir nehmen dir, oder er nimmt uns jetzt mit. You will drive to Portugal, ja? So, Leute. Das ist gut. Porto. So, Leute. Hier stehe ich jetzt. Wir stehen hier. Irgendwo hat Ricardo seine Karre stehen. Da unterhalten sie sich gerade. Leute, ich kann das Wetter gar nicht beschreiben. Das ist sehr merkwürdig. Also, wenn es bei uns regnet, ja? So in Eimern regnet, strömt, gießt, dann ist es bei uns auch scheiß kalt. Aber hier muss ich einfach meine Jacke ausziehen, weil es so verdammt warm ist. Es sind, glaube ich, noch 21, 22 Grad hier. Aber es schüttet aufs Kübeln, ne? Das ist sehr, sehr merkwürdig, aber so ist es halt, ne? Und hier kommt gerade ein Krankenwagen an, oder was, hier? Naja. So. Ricardo lacht schon. Wir sind jetzt in der Karre von Ricardo und fahren jetzt durch Portugal. Wunderschönes Wetter. This is Portugal. Best Wetter. EU best. Best Weather EU West. Der Server auf LOL. Cool, seht ihr, Leute? Er versteht, er versteht. Gut, wir fahren jetzt erst mal ab zur Wohnung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich eventuell dort wieder. Ansonsten morgen, wenn Sonne scheint oder so. Ja, ganz genau, ey. So, hallo! Und da sind wir auch wieder. Wir sind gerade aus seinem Auto ausgestiegen. Und zwar sind wir jetzt gerade hier mitten in Portugal. Es ist schon sehr spät. Es ist 9 Uhr abends. Und wir suchen jetzt einen Supermarkt, weil ich wollte Eis essen. Es ist hier so scheißen warm. Das können Deutsche, glaube ich, gar nicht nachvollziehen. Es ist regnerisch, kacke, aber trotzdem voll warm. Das ist heftig. Es ist so warm. Ja, jetzt laufen wir hier lang. Und das hier sieht einfach aus wie, was weiß ich, Riesengebäude. Ich sehe hier nicht mal ansatzweise auch nur irgendwie einen Supermarkt. Aber er sagt, hier kann man was kaufen. Hier, guck mal, das sieht aus wie, was weiß ich, aber es ist einfach ein Supermarkt. Wir sind jetzt hier gleich drin. Gut, ich werde jetzt erst mal gucken, wo mein Eis ist und werde euch dann wieder reinholen. Also, bis gleich. Wir gehen jetzt hier gerade mal durch die Babyabteilung. Babys, we need that. Nee, wir suchen jetzt Zahnbürsten. Das haben wir nicht mitgenommen. Jetzt sind wir anscheinend, sind wir richtig, Mama? Guck, drei gelbe oder rote oder überhaupt welche. Heißen die hier auch portugiesisch? Portugiesisch. Guck mal, hier haben wir schöne bunte, die heißen Kolgate. Alles nochmal, hier Kolgate, könnt ihr anziehen? Ja, Kolgate. Ja, scheiß drauf hier, Kolgate. Gut, Mama sucht die Zahnbürsten aus. Ich gehe erst mal rüber zum Eis hier. Mein Vater hat den toten Fisch gefunden, ey. Hier liegen einfach Platten von Fisch. Nicht anfassen. Nee, nicht anfassen. Ist guter Fisch. Der stinkt aber bestialisch. Bakalhau, 5,99. Das ist Kabeljau. Bakaljau, bakaljau. Schmeckt, ne? Schmeckt. Where's the ice? The ice. Let's see the ice. A, I, I, O, U, sagst du die. So. It's ice. Alle Riccardo nach. You have ice here. Oh, ice. Erstmal so. Seht ihr das? Gibt es hier geiles Eis. Oops, mein Finger. Oh, this looks really good. Schokolade. Caramello. Was ist das denn? Nata. Vanille. No, no, Nata. Vanille. Vanille. Tja, Leute. Was nehmen wir, ne? Ich glaube, wir nehmen einfach The, ja. That's good, ne? Das nehmen wir. Wir nehmen einfach den hier. Oh, ja. Den nehmen wir mit. Ist das gut? It's good. It's good. So. Jetzt sind wir da. Raus aus dem Markt. Jetzt nochmal wieder weggefahren. Und zwar sieht das hier so aus. Hier könnt ihr das mal sehen. Ein bisschen blockig. Block, block, block. Alles so. Seht ihr ja. Und, ja. Da gehen wir jetzt rein. Genau da. Wo meine Verwandten halt drin. Da werde ich jetzt erstmal reingehen. Ich denke, für heute war es das dann auch mit den Videos. Also, ich werde nicht mehr viel mehr aufnehmen heute. Morgen hoffe ich, dass ich ein bisschen Sonne abkriege. Und, dass wir dann ein bisschen mehr, ein bisschen fröhlicher Portugal zeigen können. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Keine Ahnung. Ich werde es nach einem Tag dann halt hochladen. Alles ist ein Tag versetzt sozusagen. Ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Keine Ahnung, was ihr halt noch so tut. Ich wünsche euch das und wir sehen uns dann einfach morgen wieder.